mal absagen, absagen und täter 0-OS-Mund hat ne schlechteste Pokémon wieder mal ich hab nix gegen Necro, so ist nett aber da siehst du es schon wieder ich boah da siehst du wieder, der Dorftrottel der Nation ist wieder unterwegs hier danke Mimigma, äh Zeraora oh wir haben die andere Map, ne wir sollten eigentlich hier unten angreifen ist gut ich hab's lange nicht mehr gespielt, das muss ihr jetzt ein bisschen dauern, bis wir wieder reinkommen ich komm mit Jungle nicht klar, also ja alles gut, lass dir Zeit, lass dir Zeit ich geh jetzt sowieso nicht so gut das ist wieder das Throw zu rein ich bin gleich da ja, brauchst du mir helfen können unser Typ ist nicht gut er lässt sich mit Absicht killen soll ich runter? dann geh ich runter ne pass, 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 pass dankeschön fürs Folgen danke, danke ich brauche mich gerne was zu machen ob der ok Pikachu macht nach wie vor gut Damage das ist gut schade ist das Zeraora jetzt unten das war gut ja, ich weiß auch nicht irgendwie lass mich alle alleine alles Simgro, dankeschön ach scheiße ich mach meinen Jungle fertig da bin ich auch immer allein gelassen bin ich auch gleich da ne das kriegt man erst später Neko, du musst 14 Tage eingeloggt sein, das weißt soweit ich noch weiß damit du das eine Kostüm kriegst und du brauchst noch ein zweites Kostüm. Da war ich mir noch gerade am überlegen, wie das funktioniert. Was war das denn bitte? Oh komm, ja bitte komm. Ich bin gleich da. Ich hab ihn. Gut. Und mit den Stats, die ich spiele. Wir gehen mitte, wir gehen mitte, wir gehen mitte. Ja warte, ich muss hier eben. Komm. Ich krieg das schon hin, so ist das nicht. Da, siehst du. Wir machen oben erst. Lass machen, lass machen. Ich muss das noch einmal machen. Wir haben unten bekommen. Ich hab überlegt, Entschuldigung noch am... Wie es funktioniert, meine ich. Überlegen. Das wissen wir noch nicht auswendig, wie es funktioniert. Irgendwie muss man noch ein zweites Outfit kriegen. Aber wie man an was... Also wie man an das rankommt, wissen wir noch nicht. Hallo Toru. Aber mir ist ja auch... Nachempfer, ne? Ja, sie haben es weggemacht. So. Das war die Rare von vorhin. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Nein, nein, alles gut. Oh, unten sind wir nicht drinnen. Ja, ja, alles gut. Ich soll unten nur machen, ist okay. Ne, da ist so nichts zu übersetzen. Also man hat es schon übersetzt. Wir brauchen ein zweites Kostüm, aber das Kostüm gibt es noch nicht. Ne, die 1. Okay, Toru, mach das. Also wir wissen, was man machen muss, aber wie man das kriegt, weiß man nicht, weil da gibt es noch nichts drin im Spiel. Kann sein, dass das ein Geschenk ist für den Geburtstag, den man kriegt, weil das Spiel hat Geburtstag, das bald kommt. Das soll, glaube ich, morgen sein. Dass man da ein kostenloses Kostüm kriegt. Aber genau beschrieben steht es nicht. Oh, Gottes Willen. Schade. Aber guter Damage. Der Logo, der ist auch richtig gut. So, geh mal runter. Ich geh hoch, geh runter, geh runter, geh unter dem Helfen. Ach, komm mit. Na, Toto macht halt nichts. Na, okay, aber die machen oben auch allgemein nichts. Toto steht oben drauf, das passt. Wir können erst unten machen. Hey, Cupids. Ach, du, Silber. Ja, ist egal. Wir gehen hoch. Weiter. Du willst Damage machen? Bitteschön, kannst du haben. Bitteschön, willkommen in der Donnerfraktion. So, ich bin sofort wieder da. Wobei, ich geh die Mitte machen. Geht ihr vorpushen. Ja, Cupids kannst du gern haben. Wobei, du kannst mich, glaube ich, über den Namen auch, glaube ich, adden. Musst mal gucken in dem Game. Äh, dann sagt mein Friedrich, glaube ich. Ich muss eigentlich zum Gardevoir runter. Aber ich helfe euch oben. Ich geh runter. Mal gucken, was da passiert. Oh, Scheiß. Ein Dreck. Big Mac. Egal, gut. Boah, das Logo macht gut Damage. Halle, Julian. Ja, das macht richtig krass Damage. Also, Logo und, ähm, und... Gut gemacht, ja. Sag ich ja nix. Also, von Angriff technisch ist Logo schneller. Genau, einfach den Raumcode dann eingeben, Cupids. Das kannst du, dann kannst du mitmachen. So, Mitte, 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 Mitte. Was ist dem seine Mission? Mal zwei Tote, die machen schon. Ja, können machen, die sind eh unten machen. Sind alle weg. Silbaro kommt. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, du hast was. Abgeben. Geh runter. Äh, wie kann ich nochmal zurück teleportieren? Ich mach's die Taste nicht mehr. Entstab jetzt? Ja. Ah, okay, nach unten drücken, gut. Muss man dafür richtig gut sein? Also, du brauchst theoretisch nur den Hyper-Rang. Um mit uns mitspielen zu können. Ihr sterbt alle, ne? Das ist furchtbar. Warum habt ihr das jetzt gemacht? Ich war schon vorher tot. Logo klebt doch noch. Ja, warte erstmal, wo wir, wo wir kommen. Oh, 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 oh reinkommen damit man schon mal ätten kann logo war gut alter pika macht ihr gar kein damage mehr gut gemacht hat sich alle julia nacht aktiv bei mir auch du hast sogar mehr scheine als ich gemacht